Zugsführer Josef. Und Kurschkoll-Sonteroffiziere. Gospod Zugsführer. Er ist Zugsführer. Er ist ein Zugsführer. Er ist kein Offizier, Herr Oberst. Er ist ein Betrüger. Tjubil-Offiziere, Idiot! Spakuj's, ja. Schau, Krista! Wo hat er das? Er ist ein Offizier. Offizier? Josef, schmeckt gut? Josef. Josef. Das sind Betrüger und Deserterer. Dschubil-Offiziere. Bei uns geht's. Pschrabi. Ich habe bei uns, Dschubil-Offiziere, auf dem die Aufruhung. Sie wissen auch. Ich bin nur in den Aufruhr, Die Aufruhrung ist immer wieder gerend. Entschuld, wo er das passiert. Die Aufruhrung ist immer noch eine Ausruhr. Und wie das früher, Vielen Dank.